1 2 1 die Liedelbüroben alles in den ist gut ist es ist es nicht die die Stolzchen können ja Stichwort weg und um die alle raufsäpplinge die wir da drinnen haben mehr in der kiste und die märz und jemanden in diesem stimmten Wettbewerb Gründung ist das zu uns sind was suchen ich bin zuerst umsuchen machen besser suchen als machen er hat immer der Mann ist ich hoffe dass wir später alles machen können als die hier sind und holen 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 und 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 schatten kettbewerbsten mensch 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 zu schützen vor Ort so lange her schon mehr ist so bei wochen hat sich eine zwei zwei glaube ich mehr ein glücklich älster mit und ständig dachte zwei in der einen oder eineinhalb vielleicht ja so ist es nicht die Erkrankung der Erkrankung der Städte geholt wie es geht immer gar nicht Prozent als Sohn jetzt und so wenn wir nur ein bisschen mehr zu holen lassen wir hier mal frei und machen dann mal eins zu holen und was man hier er ist gut und gut Gert bin ich auch ganz wichtig dazu muss man sagen wir sind glaube ich ein bisschen angepasst weil wir gerade CSGO gespielt haben Nürnberg Grunewald Spendt ist nicht nur ich bin ein bisschen angepasst ich bin auch von den Teamkameraden besten Teamkameraden der Welt ja nicht um um auch kommen sie über die Kuh es wird nacht das ist nicht schön er ist wenn sie uns Prozent 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 Niembruch doch da haben sie lecken 6 bei dir wieder in dieser Ebene so ein Standbild wird es ist das kommt dann wahrscheinlich nicht vom Server so du hast ja dein Bett nicht dabei, oder? ne wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? das ist eine gute Frage so Krimi hatte ich schon wie so ein paar Euro da ist ein Creeper was warum explodiert du denn? also warum explodiert du denn? also warum explodiert du hier nichts gemacht? das war ja auch nicht ja man muss ich, dass ich wieder auffüllen, ich hab' kein Plan wie das war ja oh, überall wo ich einfach mit Schuss in die Säßlinge nur Wabberbeule die große Wabberbeule die großen Wabberbeule ja ich wollte gerade zu sein, dann baue sie halt ab, aber wenn es die großen sind, dann bringt sie nichts ja aber warum heißt die denn überhaupt Wabberbeule, wenn die Wabber kein Wabber bringen? das weiß ich auch nicht aber es ist Darkwood und jetzt Wabberwood aber das kannst du trotzdem abbauen, weil daraus können wir ja diese Charcoal machen für den stimmt eigentlich für den Generator da ja also gut Bäumchen, dann komm mal her ich glaub' nicht, dass er deine Axt streicht da hab' ich letztens vier Äxte für einen Baum gebraucht ja, der hat sowieso nicht ganz ein Baum aufbauen ja, der hat sowieso nicht ganz ein Baum aufbauen ja, der hat sowieso nicht ganz ein Baum aufbauen das war jetzt nicht so ein ganz großer Baum aufbauen ah, Skelett und Zombie äh jetzt brauchen wir noch eine gescheite Beleuchtung für die na, mach mal ich weiß nicht, wie ich machen soll sowieso immer um die Bäume herum aber da bräuchten wir jetzt Clostone für ne und ich finde hier gerade eben keine Höhle ich hab' noch Höhlen markiert das nicht genau mit nem Joggle, irgendwo, nirgendwo ich hätt's vorher gesagt, ich hab' drei, vier Höhlen markiert wo ich letztens und wo ich letztens unterwegs war ich glaube, ich hoffe nicht schon gut aus oh ja oh ja doch, 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 doch du buddel dich einfach nach unten äh, hab' schon was okay okay ok das war wohl doch nichts aber ich, äh, nicht runterbringen aber ich gebe nicht auf jetzt zeigt das wieder runter jetzt äh und zum Beispiel für mich an meine Türen und sie nicht rein das wird aber nicht zu sagen ich habe die die ja um zu holy body wenn man passt um und schenzen und er geht es nicht weiter zwei spielen zwei spielen zwei spielen zwei spielen zwei spielen und da habe ich bei der Gäste ist so auch ein stimmten st Kost und schon er ist die Form in Skeletten lassen die das ist Schönen Krieg für die Prozent Ugo und die zentrums sind das war ok und das sind kreativ und die zentralen wie hieß es ist ging dann nur um das war abzubauen schritte oder schweizer ich glaube ihr ich glaube ihr Trap ja komm legt mich alter ich bin hier im Single von dem Creeper zwei Skeletten und da oben schnapp ein Zombie in den Schacht befunden weil ich es noch nicht und das meiste